Billi ist nachts wach und ich bin morgens wach. Er hat drei Kinder, ich habe keine. Ich bin grundsätzlich morgens sehr, sehr schwer in die Gänge zu bekommen. Ist aber auch in Ordnung. Die Menschen, mit denen ich zusammenlebe, wissen das. Das ist Billi Wagner. Billi Wagner ist Wirt, Gastgeber und Inhaber. Und das ist Micha Schäfer, Küchenchef von Nobel Hart & Schmutzig. Ich wollte immer einen Namen haben, der nichts mit Gastronomie zu tun hat und trotzdem alles das ist, was Gastronomie ist. Billi hat jemanden gesucht, der für ihn das Abendessen kocht und da sich das besser finanzieren lässt, wenn man ein Restaurant hat, hat er ein Restaurant eröffnet und wir kochen ihm das Abendessen. Wir arbeiten hier nur mit Produkten aus der Umgebung. Du zeigst die Region auf dem Teller nochmal auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass gerade Micha oder das ganze Küchenteam ganz häufig draußen sind. So wie sich die Werte in Bezug auf Essen und Trinken gewandelt haben, haben sich auch die Werte in Bezug auf Autos verändert. Digitalisierung ist heutzutage super wichtig und es ist toll, dass so viele Dinge vereinfacht bzw. auch neu gedacht werden. Nachhaltigkeit verändert sich andauernd, weil man über gewisse Schritte, die man tut, bewusst nachdenkt. Nachhaltigkeit ist auch das Wissen, dass das, was man heute tut oder heute sagt, die Person bestimmt, die man nächstes Jahr oder in zehn Jahren ist. Dankeschön. Es muss ja Feierabend sein, weil wir haben noch ein paar Gäste heute Abend, also ne?